Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin beraubt worden vom Räuber Hotzenplotz Sie haben sich in den Kopf gesetzt, den Räuber Hotzenplotz zu fangen Schreibst du auf eine Kartoffelkiste, wo er sich Gold Könntest du auch draufschreiben, Achtung Kartoffeln Wenn er uns kommen sieht und die Aufschrift auf der Kiste liest, denkt er, es ist Gold Vielleicht will er gar kein Gold, weil ihm Kartoffeln viel lieber wäre Hände hoch von deinem Schiefer! Hotz, Blitz, Glatzen, Hotz, äh, Potz, Blitz, Hotzen, Glatz Dich, Dich verkauf ich an meinen alten Freund Den großer, bösen Zauberer Petrusilius Zwackelmann Großer, berühmter Zauberer Petrusilius Zwackelmann Merk dir das ein für alle Mal Kannst du Kartoffeln schälen? Ja, und wie? Eine Kartoffel! Eine Kartoffel! Ha, 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 ha! Wee, yeah!